Im Kinderschutzbund schätze ich diese ungeheure Vielseitigkeit, beginnend mit den ganz Kleinen, mit den Bambinen, die Arbeit mit jungen Familien, auch die interkulturelle Arbeit, diese Aktionen. Der Kinderschutzbund tut unheimlich viel dafür, dass Kinder, egal aus welchen Verhältnissen, die gleiche Chance bekommen. Ich finde es einfach super und eine total wertvolle Arbeit, was der Kinderschutzbund macht, weil es einfach zum Wohlen der Kinder ist. Hier vor Ort ist es mir wichtig, mich hier zu engagieren. Zudem finde ich es einfach toll, wie engagiert und auch motiviert die Mitarbeiterinnen im Haus sind und durch ganz, ganz viele Aktionen auch dazu beitragen, dass der Standort hier einfach total Spaß macht. Die Eltern wissen, okay gut, Kinderschutzbund, also da wird wirklich den Kindern geholfen. Es macht unglaublich viel Spaß dort mitzuwirken und ich denke, ihr seid dort alle herzlich willkommen, euch auch aktiv mit einzubringen. Möchten Sie sich in Ihrer Freizeit sinnvoll engagieren? Wenn Sie wollen, dass alle Kinder die gleichen Rechte und Entwicklungschancen haben, dann werden Sie Teil des Kinderschutzbund-Teams. Gemeinsam unterstützen wir Kinder, Jugendliche und Familien. immature und freiwillige Kinder oder Jugendliche und Kinder können auch dabei sein, dass die Kinder auf keinen Trennen Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.